Moralisch, moralisch, sind Sie verurteilt? Moralisch bin ich vielleicht aus deiner Sicht verurteilt. Schau, die andere Sicht ist, ich kriege zurzeit extrem viel Post, ich kriege zurzeit extrem viel Zuspruch. Ich möchte einen Brief vorlesen, einen, den ich mitgebracht habe. Vielleicht nicht den ganzen. Ich lese nur einen Absatz, Frau Thun. Das wäre nett. 26.01, also gerade vor wenigen Tagen gekommen. Sehr geehrter Herr Minister, schreibt die Dame noch, Sie sind für diese abscheuliche Neidgesellschaft zu jung als Finanzminister gewesen. Zu intelligent, zu gut ausgebildet, aus zu gutem, wohlhabendem Haus, zu schön. Und was für alles der Punkt auf dem I ist, auch noch mit einer schönen und reichen Frau verheiratet. So viel Glück darf ein einzelner Mensch einfach nicht haben, da muss man etwas dagegen tun. Es ist wirklich traurig, sagt diese Dame. Und ob du es mir jetzt glaubst oder nicht? Das sage ich jetzt gar nicht. Es ist mir Untertitelung des ZDF, 2020